Leute, ich habe richtig gute Nachrichten für den Release von X-Defined. Mark Rubin hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt oder beziehungsweise hat bestätigt, dass das Spiel fertig für den Release ist. Allerdings, und das ist der kleine, aber feine Haken hinter der Geschichte, sie suchen jetzt nach dem perfekten Zeitfenster, um das Spiel loszulassen. Und das ist genau das, was ich im letzten Video schon gesagt habe. Der Zeitpunkt für den Delay oder für das Verschieben des Releases könnte nicht ungünstiger als jetzt sein, weil die Beta von Modern Warfare 3 ist mittendrin. Ich glaube, heute startet sogar die nächste Phase für alle Plattformen kostenlos geöffnet. Und am 10. November war, glaube ich, der feste, volle COD Modern Warfare 3 Release. Und jetzt zwischen diesen Zeitfenster, das Spiel zu releasen, könnte schwierig sein. Dann kommt jetzt auch noch eine neue Season. Ende des Monats in Apex Legends. Und es startet auch noch in den nächsten Tagen ein COD Modern Warfare 2 Event. Und so weiter und so fort. Das macht es dem Release von X-Defined alles andere als leicht. Und startet mit einer extrem heftigen Konkurrenz, was ein extremer Nachteil sein kann. Aber wenn das Spiel zum Release abliefert, so fehlerfrei wie möglich, könnte das natürlich ein richtig, richtig guter Start sein, der vielleicht zeigt, wie konkurrenzfähig das Spiel wirklich ist. Wir müssen abwarten, wann es passiert. Mark Rubin hat noch nicht offiziell gesagt, wann es soweit ist. Sie müssen jetzt schauen. Ich könnte mir aber vorstellen, eben durch die benannten Tatsachen, die ich gerade gesagt habe, wird es vielleicht erst Mitte, Ende November. Das ist nur meine Theorie. Das hat niemand gesagt. Vielleicht wird es ja doch noch Oktober. Müssen wir einfach mal abwarten. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Abonniert also meinen Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ich bleibe auf jeden Fall für euch dran. Wünsche euch schon mal einen schönen Start ins Wochenende. Das war es von mir. Ciao.